Willkommen zum dritten Teil des Speed Trainings. Ihr seht schon, die Videos werden immer kürzer. Zum einen, weil ihr jetzt nur noch 26 Sekunden Zeit habt pro Fakt. Und zum anderen, dass ich den Ablauf nicht mehr erklären muss, da ich denke, dass nach Level 1 und Level 2 der inzwischen bekannt ist. Also macht euch bereit und wir beginnen mit dem Set Fakten lernen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.